Und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren Folge von Dragon Ball Z Foto-Gay! Jetzt sind wir hier ein bisschen dabei, das Ding hier zu vervollständigen, sprich, das Ding muss man auf Meister schaffen, da muss ich mindestens auf leicht, schwer schaffe ich leider nicht, das Mr. Suttons Legende, das habe ich noch nie gepackt. Immer beim 7. oder 8. Kampf werde ich gebumst, leider, aber auch leicht kann mir das einmal schaffen, das habe ich schon öfters geschafft. Des Weiteren müssen wir, jetzt müssen wir erstmal den Weltkampf machen, den müssen wir noch durchziehen. Und, ja, den muss man auch schwer machen, sonst komme ich nicht weiter. Ich brauche nämlich 50 Riesen mindestens. Das wird jetzt richtig ein Kampf, der, das ist echt heftig. Also ich bin da meistens auch still, weil es ist nicht ohne, ja, es ist nicht ohne, es ist schwer. Es ist wirklich schwer, ja, fortgeschrittener ist nicht ohne, vielleicht im ganzen Leben, vielleicht 30 Mal, 20 Mal gewonnen vielleicht, von, pff, 300, 400 Versuchen bestimmt, locker, mindestens, wenn ich sogar noch mehr versuche. Und, ja, es ist schwer. Und, ja, scheiße, wir treten dann noch gegen Trunks an, Digger. Irgendwie hängt es. Ah, ich weiß, warum es hängt. Ich habe nämlich im Hintergrund laufen bei mir nämlich Windows-Updates, sogar Framework. 4.81. Ich muss nämlich vor ein paar Wochen nämlich mein PC neu aussetzen. Das ist jetzt scheiße auch zu nehmen und das dann. Schade, er kam nicht hoch. Ach, Digger. So schnell kann es passieren, auch in die andere Richtung. Ach, scheiße. Nicht in den Ernsten, man, jetzt legt das, Digger. Jetzt legt das denn scheiße Windows-Updates. Ich wollte die gar nicht mal haben, Digger. Ich habe zwei Wochen schon geblockiert, Alter. Ich habe keinen Bock mehr, das nervt. Die müllen nur meinen Speicher im Grunde zu und helfen nicht. Ich habe noch nie erlebt, dass mir Windows-Updates... Ehe, dass mein PC nicht mehr gestartet hat danach. Wegen den Windows-Updates. So scheiße sind Windows-10-Updates. Dreck, echt. Digger, Alter, jetzt ficken die mich zweimal auf dieselbe Art. Digger, Alter, jetzt ficken die mich zweimal auf dieselbe Art. Der Arm tut weh, Digger. Ich habe vorhin gemahnert, also nur eine Hälfte. Ah, Digger, seitdem tut mir das... So, wenn ich ihn hochhebe, wisst ihr, so... Wenn ich ihn so, wenn ich meinen Arm ein bisschen nach links hochhebe, so... Da tut es weh, Digger, Alter. Strecken und so weiter hilft nichts. Auf eine Art und Weise. Mies. Also, wenn Kaffee läuft... Weiter habe ich vor, viel aufzunehmen. Wir haben erst 16.24 Uhr. Die Minute genau. Und... Und... Ja. Jetzt muss ich mich ein bisschen anstrengen. Digger, selbst das wären die ab, Mann. Piss dich. Zwei, der da ist selbst jetzt leckt. Jetzt selbst da anleckt. Also, Missgeburt. So, gegen Gohan. Oh, nee. Go-kun. Oh, dritte Reihe. Zu glücklich. Aber im Finale wäre Go-Ko viel schöner. Wisst ihr wieso? So, weil ich auf jeden Fall 25 Riesen bekommen würde. Digger, dieser Arm bringt mich noch um, Alter. Das habe ich aber schon seit ein paar Wochen. So ist das nicht. Immer wieder mal so ein bisschen, Digger. Seht ihr das? Auch, auch Controller nach. Also, es dauert ein paar Sekunden, bis es dann wirkt und... Ach. So. Ich habe doch vor ein paar Wochen mal... Ähm... Was, Tenshinan? Ich habe doch vor ein paar Wochen doch... Ähm... Ja. Ich habe doch vor ein paar... Von einer Woche habe ich circa dieses... Für GameCube Controller, ne? Pass. Na kurz. Hä? Digger! Ist das hier irgendwas bestellt, was ich nicht mehr bestellen wollte? Zum Glück habe ich das gerade gesehen. Warte mal ganz kurz. Sekunde, ja? Sekunde. Was? Ich bin ja noch nicht mehr dran. Ich bin nicht mehr. Ich habe nicht mehr die Controller dort. Ich habe nur ein Handy und... Sieh das? Geht's. Ich habe irgendwie... Ähm... Ich muss anscheinend ein Abo abgeschlossen haben. Bei Amazon für einen Artikel. Das sich nämlich gerade neu bestellt hat. Wie höre ich zum giờ tun. Aber... Ich glaube... Sprachmit Natalie. Jetzt. Nimm doch! Und dann kriege ich den Schatz raus. Ah, jetzt. Wir arbeiten... Lieferverlauf. Nein, Mann, ich will das bestellen, wenn ich das will und für nötig halte. Da unten, Sparbustonien. Ganz unten, Digga. Dann kann er einen Grund auswählen. Warum kann ich dich Grund auswählen, weil ihr Hurensöhne seid? Meine Fresse, Digga. Trinken sie dir einfach so einen Abo rein, obwohl du das gar nicht wolltest. Aber du hast gesehen, wie er geleckt, Digga. Im Hintergrund sind 89% von irgendwas. Ey, gar kein Bock, Digga, Alter. Echt, drücken mir ein Abo rein, Alter. Und dann leckt noch der PC in diesen Windows-Updates, Mann. Schmutz. Diese Windows-Updates sind schmutz. Ja, halt die Fresse und kann ich das nicht überspringen. Nein, 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 nein. Komm schon, bitte, beweg dich. Okay, jetzt geht's. Digga, das ist doch... Jetzt hängt er wieder, Digga, jetzt hängt er wieder. Nein, Mann, nicht jetzt! Scheiß Windows-Updates. Wirklich, gib dir das, Digga. Das leckt pur. Ja. Scheiß Windows-Updates. Kann man alle abbrechen, Digga. Braucht kein Schwein. Der Einzige, der mich schützt, ist mein Virus-Scanner, Digga. Und alles andere Windows-Updates schützen mich nicht. Na, jetzt ist wenigstens Neustadt ausstehend. Klar, anscheinend lädt er jetzt nichts mehr. Jetzt soll es flüssig gehen. Nein, nein, nein. Digga, das leckt, Mann. Mist, Digga, Mist. Nein, Mann. Verdammt, Mann. Alles wegen dem Lacken hier. Alex, rate jetzt. Er will jetzt zum Ende kämpfen. Okay, dann kriegst du dein Ende. Yes, du Mixer. Finale, Baby. Finale. Geht doch. Mist, Kerl. Mann. Scheiß Lacken, Alter. Mann, geht doch. Gegen Piccolo. Ich könnte es schaffen, Digga. Retalk, ich könnte es schaffen, Digga. Ja, richtig geil. Mach schon. Komm, hau ihn aus. Bitte hau ihn aus. küçük- scapp Bau. Ja, komm, hau ihn aus. Nein, nein, nein. Nein, nein. Jesus. Ich könnte es schwierig. Das ist abgewehrt, dieser Wechser! Ich will auf Kohl spielen, er will nicht raus, er will nicht raus! Warte, ich drück ihn und dann habe ich ihn unten. Jetzt habe ich ihn unten! Nein, 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 nein! Scheiße, ist das knapp! Nein, nein, nein! Zweiter! Fuck! Fuck! Mir ist gerade echt mein Video abgebrochen, Digga! Mir ist gerade echt mein scheiß Video abgebrochen, Digga! Schieb den Einen Zweiter in den Arsch! Mann, was soll ich mit 25 Riesen? Mann, ich brauch 50! Minimum! Verdammt, Digga! Ich hätte Piccolo ficken können, Digga! Ich hätte ihn ficken können, aber anders! Mann! Wir haben noch genau sieben Minuten, das muss ich mir jetzt merken, weil mein scheiß Video abgebrochen ist! Jetzt kann ich den Kack wieder zusammenschneiden! Hier ist so eine Kackflieger, die nervt mich schon die ganze Zeit! Jetzt kann ich den Kack wiederholen! Warte, Digga! Nein! Ich wollt... Ich wollt nicht den... Aber gut, dann seh ich's jetzt auch durch mit Freeza wieder. Sechs Minuten noch! JINZO NINGEN! 16 Riesen! Ich hatte Piccolo ficken können! Aber nein, das Schicksal hat anders entschieden! Spiel doch mal, das ist eine 25.000! Schwinde, du Wichser Oh nein, da ist schon wieder Goku Die haben es mir jetzt noch schwerer gemacht Von Kampf zu Kampf zu Kampf zu Kampf wird es immer schwerer Und je mehr ich gewinne, desto schwieriger wird die Kacke Digga, das ist so eine Kacke Fliege, die nervt mich, Mann Schwinde aus dem Ring, Digga Toll, jetzt kann ich gegen Goku danach kämpfen, Digga Und der ist mein Hindernis ins Finale, versteht ihr? Und das ist immer dasselbe, Digga Dieser Kacke-Guku hängt immer vor dem Finale, Digga Immer schön im Viertelfinale Damit du ja nicht die Kohle kriegst, Digga Und dann dieser Finale-Typ ist ein Witz, Digga So eine Missgeburt, Digga Drei Zwei Eins Bäm, Digga, hat funktioniert Ich wusste es Jetzt aber gegen Goku Jetzt wird's heftig Ihr kennt Goku nicht, Digga Der Bums, der hat, er hat bisher Ich hab bisher noch nie gegen Goku gewonnen In Fortgeschrittener Noch nie, Digga Wenn es ab Viertelfinale Alles darunter ist scheißegal Das ist quasi Pille-Palle Jetzt wird's heftig Jetzt ist es anders, Digga Der hängt mir jetzt genau vor meiner Kohle, Digga Seht ihr das? Nein, nicht rauswerfen Nein Ja Fuck you Goku, fuck you Geil Ja, scheiße Ich bin voll auf meinem Ding hängen geblieben, Digga Jetzt hab ich sogar meine Maus was runtergewarfen, Digga Mein Headset auch Glück gehabt, dass ich es nicht verbogen habe Mit dem Fuß Yes, Baby Finale Yes Ding, get go on, Digga Ding, go on Ah, Ding, go on, Digga Ich hab vielleicht keine Stimme, wenn ich jetzt so Fighters schreie Oh oh Ja 50 Riesen, Baby Yes Yes Ganz wichtig Ganz wichtig, Digga Ganz wichtig Ja, Mann Ja, Mann Ganz wichtig Aber ganz wichtig Yes Verdammt sind sie stark, Digga Aber sobald ich die ersten Dragon Balls aktiviert hab, also einmal Danach steigert sich deren Kampfkraft Um ein bisschen OMEENYO 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 Geil, Digga GT Saiyan freigeschaltet Ha ha Wisst ihr wer das ist? Ha 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 Das ist der hier Warte, das ist genau der hier So stark wie Goku, Digga Ciao GT Saiyan, Mann Aber warum GT eigentlich? Schneid ihr das? Okay Wir sehen uns aber jetzt im nächsten Part Ich hole mir jetzt noch einen Kaffee Da kann man ein Stück Das ist gleich weg, weil ich so geschrien hab Ähm Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal eine Goku, eine Runde Hoffentlich schaffen wir es auch mit Goku Weil der Freezer ist deutlich stärker Ähm Naja Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part Wenn das euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like unten Abo da Haut rein Und ich starte auf jeden Fall noch meine Gerät neu Das Ding hat nämlich ÖPÄ ÖPÄ Am Übrigens, mein Internet ist wieder aus dem PC rausgeflogen Mit diesem scheiß USB-Stack Also bis dann, ciao Abo